Du suchst ein Produkt, was dir schnell bei Lippenherpes hilft? Dann empfehle ich dir die N1 Lippenherpes-Creme, denn das ist ein zertifiziertes Medizinprodukt mit einem patentierten Wirkkomplex speziell gegen Lippenherpes. Und den staatlosen Medizinprodukt bekommt ein Produkt übrigens nur, wenn es seine Wirksamkeit und Funktionalität wissenschaftlich nachgewiesen hat. Die N1-Creme gegen Lippenherpes ist etwas Besonderes, denn in einer Studie an der Dermatologischen Universität in Athen konnte sie nicht nur nachweisen, dass sie die Bilder von Herpesbläschen verhindern und die Virenvermehrung stoppen kann, sondern sie konnte auch zeigen, dass sie bis zu 30 Mal schneller wirkt als Standardherpesmittel mit Acyclovir. Du spürst die superschnelle Wirkung schon einige Sekunden nach der ersten Anwendung durch ein leichtes Kribbeln oder ein leichtes Brennen an der Stelle, wo du die Creme aufgetragen hast. Da die Creme so stark wirkt, ist es besonders wichtig, dass du sie nur sehr dünn aufträgst und auch nur lokal dort, wo gerade ein Herbstbläschen entsteht. Trägst du sie zu viel auf oder trägst du sie zu großflächlich auf, kann es passieren, dass sie auch manchmal sehr unangenehm brennt. Gleichzeitig ist es auch nicht zu empfehlen, die Creme auf offene Stellen aufzutragen. Trägst du die Creme nach Auftreten der ersten Herpes-Symptome alle 3-4 Stunden dünn auf dem betroffenen Teil der Lippe auf, kannst du ein Ausbrechen oder ein stärkeres Ausbrechen des Herpes oft noch komplett verhindern. Insgesamt dauert die Behandlung mit N1-Lippenherpes-Creme im Durchschnitt nur drei Tage. Und solltest du vor, während oder nach der Behandlung mit N1-Lippenherpes-Creme Fragen an uns haben, kannst du uns natürlich jederzeit gerne reichen. Gute Besserung! Gute Besserung! Gute Besserung! Gute Besserung! Gute Besserung! Gute Besserung!